Ende der Welt. Die tägliche Glosse. Ein Podcast von BAYERN 2. Ah, Moment. Gleich. Ich steig hier grad quer ein in diese Glosse. Der Stuhl noch warm. Vom ursprünglich eingeteilten Michel. Oh, ich seh ihn noch. Wie er drüben auf die Schnelle auch quer einsteigt. In eine Mittelschule kam gerade ein Anruf. Notfall. Er soll da jetzt unterrichten. Irgendwas. Ist doch auch mal spannend. So wie für mich ja auch jetzt dieser Quereinstieg. Dabei hat gestern noch Bayerns oberste Lehrerin Fleischmann geschimpft. Ergotherapeuten, Opernsängerinnen und Ethnologen sind keine ausgebildeten echten Lehrerinnen und Lehrer. Stimmt. Aber, wenn ich so zurückdenke, waren die Lehrer wiederum oft keine Pädagogen. Und obendrein nicht mal Opernsänger. Alle lernen ja zur Zeit kreuz und quer dazu. Englands Premier Johnson, dass man schlecht zigtausend osteuropäische LKW-Fahrer rausekeln kann und volle Regale haben. Oder betankte Tankstellen. Und so zeigen Social-Media-Filmchen aus dem Raum London veritables Handgemenge samt sausenden Kanistern. Da kommen die Quereinsteiger in Tarnfleck Uniform wie gerufen. Soldaten samt Tankwagen und Nahkampferfahrung. 200 an der Zahl. Aber in Great Brexit fehlen eher 100.000 Fahrer. Wer käme also noch in Frage für diesen Job? Heute hier, morgen dort? Genau, Liedermacher, die gerade ohnehin nichts zu tun haben. Oder Kickboxer und Fitnesscoaches, deren Studios dahin siechen. Oder beleibte, wohltönende Bassisten. Also Brummis in die Brummis. Oder mit Blick auf die Arbeitsbedingungen und Löhne von LKW-Fahrern. Buddhisten, die im tiefsten Innern verstanden haben, alles Leben ist Leiden. Das bringt uns zu Armin Laschet, der die 9. Klasse wiederholte bei Charivari war und der Kirchenzeitung. Und zuletzt 24% holte für zwei Parteien, die früher mal als Union galten. Auch ihn, ja, sehe ich da hinten, klein, am Horizont, wie er sich müht, ins Kanzleramt reinzukommen. Mal längs, mal seitlich. Aber da er nicht so schlank ist wie sein Wahlergebnis, wird dieser Quereinstieg schwierig. Hey, meiner ist gleich rum. War easy. Morgen unterrichte ich die Klasse von Michel und der Michel hilft in der Altenpflege, wo ihn ein ehemaliger DHL-Fahrer kurz einweist, weil der was erledigen muss, daheim in Rumänien. Der einzige Spezialist sitzt morgen übrigens hier, auf diesem Platz. Da hat sich fürs Ende der Welt eingetragen ein alter Pfarrer im Ruhestand. Geht doch alles.